jo leute und damit willkommen wieder zu uns zum fachschallenge getflash Penis Penis Omicentus Boah, das ist schon die ganze weile jetzt der wo wir aufgenommen haben joo achja wegen irgendwas wollte ich ja Slime haben ne? war das nicht so? ähhhhh magmaqueen, magmaqueen ach ja, magmaqueen stimmt ja also das ist so ein scheiß Sunk hier, sag ich bestimmt nicht warte, wo muss ich denn lang? da war ja, was öhö 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 ja mein scheiß Buch, ne ehrlich wo muss ich denn langlaufen? da muss ich langlaufen achja achso, achso, ich hab schon wieder Karotninder ankommen, die ganzen Schweinehane mhm, wie immer, du bist ja genauso ein Schwein, also passt auf die Idee hi Tommy ach mann, kann ich nicht einfach mal E drücken? mann, das ist ja nachtglatt bei mir oder immer noch, vom letzten Mal weißt du, es ist schon wieder lieber, immer Tab zu drücken ja ne ja, ich hab nicht so viel Rust hab ich dir beim letzten Mal schon gesagt mhm, 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 mhm die 100 Stunden hab ich aber noch nicht voll mhm, ja und? voll doch achja ja, du suchtest doch alles andere mögliche, weiß ich doch nicht was denn? weiß ich nicht unser bekloppten Projekt suchtest du die ganze Zeit ich, ja nicht du? ne ich tu nur vorbereiten wie, äh wie hoff ich's vor dem Schleim eigentlich? äh, je höher die Schwierigkeit grad desto schneller kommen sie in der Nacht ja? ja äh, mach ich mal auch schwer ja gleich siehst du noch boah, Slame-Bite-Zombie ja vielleicht und das bestimmt gutes Material mit, ne? ja aber ich bin ja nicht weit weg von zu Hause du wirst das ja nicht hey, du kannst ja sehr merken, wo du hin musst, ne? mhm, ja irgendwie ja ich hab ja ich hab ja ich hab ja nen Kompass jetzt, Gott sei Dank, dabei mhm achja soo Skelette killen Skelette killen ne, ich find' nicht Skelette killen nein, ich lauf' voll falsch war klar Autsch welche Richtung muss ich denn? boah, Slame aah waaah waaah verreckt ne? keine Schleime vielleicht ist er sonst zu klein, weiß er nicht ne? alter, ich muss da lang ach, leck mich am Arsch leck mich am Arsch ne wir hungen auf Schokolade ne? ne? schade besonders ne eklige Schokolade hallo, die ist so cremig bestimmt ehhh bist du ekelhaft, ehrlich? kannst du ja aufs Brot schmieren ja, du mich auch verpiss dich, du scheiß Skelette du gehst mir grad auf den Sack, ehrlich und gleich bist du dort boah, das trifft mich natürlich immer noch kommt er mir hinterher ich will doch nur einen Dschungel haben ich will doch nur Slime haben für was willst du Slime? du brauchst die nicht, okay? nöö ich hätte dir am besten nicht sagen müssen, für was du die brauchst naja das hab ich mir noch gemerkt eigentlich vom letzten Mal was das ja 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 ich hab mich nur gefragt, nach was ich halt gesucht hab ja 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 das sagen sie immer alle ja ja ja, klar ja lalalalalalalalalala ach mann ich will doch nur einen Dschungel Dschungel alles tot alles tot alles tot ja nanananananananana wir suchten aber auch nicht nö warum? wir sind erst vier Minuten um haha ja ich sag ja, wir suchten nicht ist das eigentlich zu laut? ne nur 1% laut du musst noch nicht mal in Schleife ehrlich ja in jedem Zumpfgebiet ja ich glaub wir müssen mal die Musik ein bisschen leider machen ja, mir ist nur 1% aber hört sich voll laut eigentlich an aufm Ohr ja, das hört sich immer lauter an als das wirklich ist in der Aufnahme das ist ja das nervige das verwirrt ein alter hast du den T-S t-S erst immer rumspacken musst, ne? ach ich weiß, warum ich so viel Inventarplatz weg habe wieso? ähh ich habe 1,5 Stacks Schweinefleisch ein Stack Hühnchenfleisch und ein Stack Steak jaa jetzt weiß ich auch wo ich war bei diesem Dorf Zwischenshop das war doch mal so das das war doch mal so überall Stacks die Spawn sind jetzt, ne? oder wirklich nur so ja, in Sumpf hauptsächlich oder halt in Chunks die so vorbestimmt sind äh 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 voll am Leggen eben gewesen wie am Leggen? willst du mich verharschen? ja ja ja, will ich das leck ich immer noch? aha nein überhaupt nicht ne, musst du sagen, wenn ja, nein ich mein ja überhaupt nicht naja, du nirgst doch ja klar, ich immer an so aha hi Kripa tschüss Kripa da muss ich ja voll lange laufen 5000 Blöcke hey Kripa willst du auch sterben? na na, komm her tschüss ach ja das wären wieder richtig schöne Folgen und natürlich wird es wieder Tag am Arsch echt ich muss mal ein anderes Sumpfgebiet finden ja soo das Sumpfgebiet ja soo such 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 ich glaub das ist Monkey Monkey Island Monkey Monkey Island? Monkey Monkey Island aber als Rock Version ok dun 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 das ist wirklich so ne das ist 1% ja das hört sich nur nur so laut an das kotzt mich gerade so etwas schlecht an und in der Aufnahme ist das recht leise wie gesagt das ist das ja Problem naja der Flash das ist doch so scheuer zumindest müssen wir nicht singen jawohl das war dann ist das mü lass los da fällt gleich vor meinem Gesang erstmal in der Bleistiftung das erklärt noch was unbestimmt Autsch Produktwerbung Handcreme Bio Orange und Sandthorn ja klar machst du hier noch Werbung genau ich hab doch gar nicht gesagt von wem ich hab nur gesagt Handcreme trotzdem Handcreme Werbung machst du Handcreme Werbung zart zu ihren Händen ja ich kann es bestätigen aber wenn ich das nachher zu laut sage dann krieg ich noch so ne Tube ja wieso hast du Besuch ne achso oder wenn der Besuch da ist ja heute aber glaub ich nicht mehr ne die pennt heute Abend weiß ich noch nicht ja scheiß Valentinstag ich glaub wenn ihr das seht dann weiß ich nicht welche Folge das ist ich hab auch keine Ahnung hier sind Hundis ähm ist der ähm dann ist der dann ist der ähm ja genau der ist es dann und kein anderer also immer noch scheiß Valentinstag hehehe Valentinstag ist zum Kotzen hehehe 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 ja klopf mal an deinen Kopf ne achso Holz 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 Kopf huahaha ach die Witze werden schon wieder schlecht ich weiß und der guckt mich nicht so an ein bisschen der Skelett Kopf hab ich nicht fehlen ja nur noch zwei aaaaaa noch wadab wadab wenn ich wieder in der Hölle bin wenn ich zuhause bin ja mir fehlt dann nur ne scheiß Miezekatze äh natürlich ohne Axt nur auf die Kreuzung gehen wollen ja ist klar ähm wo bist du wo bist du ach da Gute Nacht toll ey hehehe ist ja voll nicht lustig was du grad gemacht hast ne ich find's lustig 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 tralalala heute ist äh nückel und zwar wieder da oder wie auch immer hehehe ja ich will ja nur sagen in 10 Tagen und äh ne stimmt gar nicht in 7 Tagen ne stimmt ja auch nicht in 9 Tagen und äh 10 Monaten ist schon wieder Weihnachten man 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 ne wie die Zeit vergeht ehrlich ja boah bald ist schon wieder Weihnachten ich glaub wir müssen schon wieder die Weihnachtsmusik wieder rauskramen jaa ist klar Flash dit schaden hast du nicht warum nicht ach man bei mir gehen schon wieder die Boote kaputt oooh arme ist duf duf Boote sind scheiße na wie du ne oh nein na hein na hein na hein ich glaub ich geh zum schreien naja ähm schreien im Keller ne im Keller na und da sind Pferde da sind Pferde oh Pferde in einer großen Herde da sind Ziegen du bist nicht witzig okay ich weiß das reicht schon wenn ich solche Witze weiße na die nicht witzig sind nö aber immer so ein so ein Lacher für zwischendurch siehst du spinn na bin ich nur spinn oder wat ein spinn der spinnt na 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 auf Flash dein Arsch kommt Seite mhm und Raupen und Schmetterlinge und Röschen duft mhm alles klar okay Rosenduft 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 so jetzt plassieh auf meinen Dach erstmal Kisten wie hast du ja kein Platz mehr in der Rude oder wat allez tausch toch einfach dein Boden aus so klein wie die Beschneudde willkommen Mach's einfach hier nen zweiten Dinger für ne Kiste finden! Oh ja, hier alles klar! Wut denn? Was denn? Das ist einfach nur ein Schaden! Das ist das! Nee! Doch! Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö!! Willkommen im Schlumpfenland! Okay! Schlumpfenland... 12 Minuten... Stimmt gar nicht! 12 Min.15 Sek. Okay? Ja, toll! Das ist wieder richtig erfreut die Folgen, ja freu ich mich ja richtig Na bei mir genauso, weil das was ich brauche fehlt eigentlich Da hab ich bestimmt F2 gedrückt Da brauch ich auch nicht gehen, weil ich da eh kann Doch wenn ich Magma stand finde krieg ich da eh nix geht von Ja das war alles scheiße Musste Looting auf das Schwert haben Und dafür brauch ich erstmal genug EP wieder Auch bevor ich wieder loslaufe sollte ich mir mal gleich mitnehmen oder so Kann ich dir was geben, Stack Ja Ja dann Nö Hallo, das ist Wegzerzerung für mich Nein 4 Slots nur voller Essen Ja Das ist schon so ein Schaden ehrlich Mh mh Ach Mh Mh Hab ich ja nicht irgendwo noch Essen Naja ich kann Kartoffeln im Ernst mehr Uh da ist Lava Uh heiß Kartoffeln hab ich auch noch Kartoffeln 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 Tz Was ist mit jemand neu Mach mal das jetzt eigentlich jetzt die, vielleicht 15 Minuten Cut oder rausgehen und schneiden Rausgehen und schneiden ne Jaja ist schon mal die andere idee ne Ja, die hatten wir schon beim letzten Mal, aber haben wir auch noch nicht gemacht. Okay, dann müssen wir uns ja jetzt in einer Minute ausloggen. Ja, ich weiß. Das weißt du gar nicht. Doch, ich weiß das. Na, musst du husten und lachen. Ja, so ähnlich. Fuck. Ach, ja. Ah ja, ich wollte gerade den Spät da reintun, ist klar. Nein, nicht da reinfallen. Noch da reinfallen. Verreck. Lachs, den kann man ja roh essen, oder wie war das? Was? Oder muss man den Lachs auch braten? Nein, den musst du wohl auch braten, du Vogel? Ja, der sein kann Sushi. Alter. Ja, hast ja gleich Glück. Nur noch 10 Sekunden. Ja, ja. Ach, ja. Und... Jo, Leute, dann mit Ihnen ja lang bis zum nächsten Mal bei Five Challenge. Tschau, tschau. Tschüss. .... Vielen Dank.